Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Es ist wirklich nicht lange, ich will mich kurz halten, auf jeden Fall geht es darum, ich will am Dienstag, Freitags und Samstags noch ein Video bringen auf diesem Kanal hier. Dann will ich montags, mittwochs und donnerstags streamen auf Twitch. Der Link findet ihr in der Kanalbeschreibung. Und ja, das liegt einfach daran, da ich in letzter Zeit gemerkt habe, dass mir ein Stream eigentlich doch auch voll cool wäre und so. Deswegen will ich das mal ein bisschen ausprobieren. Vielleicht höre ich bald wieder auf, vielleicht mache ich weiter, vielleicht mache ich mehr, vielleicht ein bisschen weniger, ich weiß es noch nicht so genau. Auf jeden Fall ist das so eine kurze Info für euch, dass ihr wisst, was abgeht. Dazu kommt, dass ich vielleicht in real life pro Woche versuche, mindestens ein Video zu bringen, irgendein Vlog oder sonst irgendwas. Ich weiß aber noch nicht, wie das wirklich klappen wird. Ja, auf jeden Fall bin ich heute Abend, also in dem Fall live. Wahrscheinlich so circa von halb acht an bis so zehn wahrscheinlich, circa irgendwas. Auf jeden Fall würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen am Start seid. Äh, ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!